Marie und Marc, das sind wir heute im Actionpark Nürnberg, denn wir spielen heute Lasertag Bingo! Team Marie, lustigerweise heute in Rot, irgendwas ist da ganz komisch, spielt gegen Team Marc und wir stellen euch gleich beim Lasertag, spielen mal die verschiedenen Lasertag Typen vor. Ich kann nur sagen, freut euch drauf! Musik Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.